Was ist Ihr das Wichtigste an einem Team? In einem Team ist das Wichtigste der Zusammenhalt. Frage 2. Was war dein bisher bestes Spiel? Mein bisher bestes Spiel war ein Heimspiel Europacup gegen Zenitza und Petersburg. Frage 3. Was war deine bisher größte Leistung? Meine bisher größte Leistung war der Aufstieg mit Hellers-Werroman. Frage 4. Was wärst du geworden, wenn du kein Fußballer wärst? Wenn ich kein Fußballer geworden wäre, wäre ich Versicherungskaufmann geworden. Frage 5. Was machst du an einem freien Tag? Freie Tage verbringe ich mit meiner Familie. Frage 6. Wo wärst du gerne in 5 Jahren? In 5 Jahren würde ich gerne an der Outline stehen und Trainer sein. Frage 7. Was ist dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm ist gegen jede Regel. Frage 7. Bist du ein Fan einer Band, Musikrichtung, Comedian etc.? Wenn ja, welche? Ich bevorzuge ihre Komödien und da am meisten von Adam Sandler. Frage 7. Wie würden dich andere Menschen beschreiben? Andere Menschen beschreiben als, ich denke mal, kommunikativ und hilfsbereiter. Was ist dein liebstes Urlaubsziel? Mein liebstes Urlaubsziel ist Italien. Mein liebstes Urlaubsziel ist Italien. Was ist die, warum? Das ist die, die, die wir jetzt an der Outline stehen. Was ist das? Was ist das? Was ist das?